Das ist ja nicht nur allein der Glaube, dass jetzt was so religiös damit verbunden ist, sondern halt auch die ganze Zeit wird ja dadurch lebendiger. Alles ist sehr, sehr beeindruckend und wir wollen jetzt in die nächste Kirche. Es ist sehr interessant, besonders weil wir Protestanten sind, also es ist auch Teil unserer Geschichte. 500 Jahre später, es ist unsere Wunschung und Hoffnung, dass der ganze Welt eine neue Reformation wird. Ja, wir haben nur versucht, die Luther folgen, die Luther folgen, die Luther folgen. Es war eine sehr gracevolle Zeit und sehr beeindruckend und beeindruckend für uns. Wir sind ja. Wir sind ja. Wir sind ja. Untertitelung des ZDF, 2020